Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Es ist mal wieder der wöchentliche Fight. Und ähm, du... Alter, jetzt bin ich da so viel Leben verdorn. Ich glaube, ich werde die Difficulty eventuell doch auf irgendwie easy stellen und damit man noch bisschen mehr Leben führt. Das solltest du in der Tat, ja. Was ist auch so, wie ihr schon hört? Ich musste grad schauen, V4 hatte doch hinten gar keinen Eingang, da musst du da hochfliegen. Ich muss auch noch mal ein Game Mode geben. Ich muss auch... Ne, glaube ich muss noch mal ein Game Mode geben. Machen wir erstmal Game Rule. Okay, das hätten wir euch vorher machen können. Naja. Doom-Obs-Spawning. False. Und jetzt können wir auf Difficulty auf 1 stellen. Und Time Set 0. So. Game Mode 1. Ja, und Leute, wie ihr schon seht, wir spielen heute einen Fight zwischen unserem V2 Fortress und dem V4 von Mr. Cradle für Silvester. Äh, diese Welt gibt auch was Download natürlich. Und wir dachten uns einfach mal, ja, wir machen mal wieder so, 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 so einen echten alten Fight und es ist, beziehungsweise es ist gar kein alter Fight in dem Sinne, weil, ähm, wir haben, wir haben den schon mal off-screen gemacht, einfach so zum Spaß. Aber wir haben hier noch gar keinen mehr aufgenommen und im Prinzip ist es wahrscheinlich auch mal lustig, sozusagen, so was Altes nochmal zu machen, so einen alten Fight in dem Sinne, na. Und dann dachten wir uns, das machen wir einfach mal, ne? Jo. Und ich wär's schon langsam bereit, mal schauen, wie das gleich abgeht, Alter. Ja, genau. Ich werd' dich voll abziehen. Na, werd' ich wahrscheinlich nicht, weil du mehr Kanonen hast. Ja, also wir haben, wir spielen auch jetzt noch den alten Ringer, weil das alte Borgis sind, ähm, das heißt, aber ganz, die Schilder sind nicht beschriftet, na, egal. Das heißt, wir schießen alles auf einmal ab, am Anfang, was was heißen möchte. Das wird eigentlich richtig krass werden. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, dass wir das jetzt so gespielt haben. Torben. Das ist wirklich ziemlich lange, aber das ist extrem lustig. Das ist halt echt lustig. Hier ist der schöne Altes abfeuern-Knopf. Ach, ja. Ja, ich hab' nicht alle Kanonen auf Altes abfeuern. Das ist ja im V4 nicht so, aber... Nee, nee. Ich denk', ich komm' noch zu den Schalten, bevor deine erste Salve einschlägt. Okay, musst du gucken, was hab' ich hier nochmal alles? Ich hab' das hier, ich hab' das hier. Aha, aha. Ja, hier kann man einfach mal alles einzeln aktivieren. Hier sind nochmal Schadensteile, genau. Alright, dann bist du bereit, Matze? Ich denke, ich wäre bereit, ja. Du denkst, du wärst bereit? Durchaus. Okay, dann mach' ich nen Countdown, ne? Eins, zwei, drei, los. Oh Gott im Himmel, raus hier. Ich hab' gefehlt. Holy crap, Perino. What the f- What the f- Was zur Hölle ist grad passiert? Das frag ich mich auch gerade, Alter, was hier gerade abgegangen ist. Hier ist gerade ungefähr einfach alles in die Luft geflogen. Hahahaha. Alter. Scheiß. Du anderen. Das sieht echt aus. Du schießt immer noch weiter. Stimmt, der hat einen G-Stuffer. Zwei, ne? Zwei. Zwei, ja. Die Treffen sind nicht unbedingt toll, aber... Okay, das war schon eine nice erste Salve, muss ich sagen. Und Matze hat irgendwie oben gar nichts mehr zum feuern. Deshalb werd' ich einfach mal gleich das hier beladen hier. Die Leute, ihr seht's schon. Aber ich glaub', ich hab' dich nur oberflächlich angekratzt, oder Matze? Ähm, das fanden durchaus Stimmen. Ich bin hier gerade auf der rechten Seite noch und schieß einfach mal weiter. Äh, wie komm ich jetzt hier? Okay, das war ein bisschen selten dumpfen hier. Das ist hier unten wieder nein. Ja, Mann. Alter, ich hoffe, das wird so'n richtig langer Fight irgendwie. Ich hab' auch das Gefühl, das wird ewig dauern. Ja, aber ich weiß irgendwie, diese alten Fight, die als Kanonien noch irgendwie im Prinzip relativ schwach sind. Die sind halt irgendwie echt noch richtig klassisch, ne? Also... Die sind schon ziemlich nice, diese alten Fight. Irgendwo! Irgendwo machen die nichts, aber besser halt, ne? Wow! Achso, ich bin dämlich. Ich glaub', ich mach das mal anders. Also, wir haben jetzt ja auch Unmengen von Wasser hier wieder in unseren Warriors drin. Also, da werden die's aber auch nichts dagegen machen dieses Mal, weil... Weil... Wie komm ich doch mal hier hoch? Was ist das für ne Begrenzung? Weil warum schon? Ja, besser als Weilbaum, also... Ja, das stimmt wahrscheinlich auch wieder. Okay, das war gerade wieder... Es war genau dasselbe... Was einem häufig passieren kann hier, was echt nervig ist in dem Burgi. Dass wir damals immer noch unser tiefes Wasser benutzt haben. Weil wir, ähm... Anderes Kanten... Irgendwo... Okay, es ist ein bisschen blöd. Ach, wieso haben wir eigentlich hier nichts auf dieser Höhe gemacht? Das ist voll schade. Ich möchte das hier irgendwie so beladen. Boah, ich schau jetzt mal auf die andere Seite und sehe, dass hier... Du feuerst schon fleißig. ...sehe, dass auf der anderen Seite nichts mehr steht. Hast du denn alles abfeuern hinbekommen? Ähm... Weil es könnte sein, dass deine oberen Kanonen deshalb alle zerstört sind, weil sie in die Luft geflogen sind, als sie noch beladen waren. Äh, scheiße. Das kann durchaus sein, aber... Ja, meine Kanonen sind... Es sind halt nicht alle, aber vor allem gerade die äußeren zwei, die sind, ähm... Ja, manuell und da kann ich glaube ich nicht mehr rechtzeitig... Fast nicht mehr rechtzeitig hin. Das kann durchaus sein. Okay. Hast du noch volle... Hast du nur volle Hungerbalken? Das habe ich noch, ja. Ja, ne, volle Hungerbalken habe ich nicht mehr, nein. Ne, mein Leben... Mein Leben wird nicht mehr regeneriert, ist das Problem. Du meinst auch nicht? Ich sehe aber gerade von hier treffe ich dich noch und da haue ich jetzt richtig auf den... Putz, alter. Ja, du kriegst gleich noch mal... Da kriegst du dir richtig was ins Gesicht. Ja, ich gebe dir jetzt auch gleich noch mal ordentlich was, also... Da freue ich mich nicht mehr drauf. Ich denke, dass da nicht mehr alles... Nicht mehr wirklich anschauen, aber... Ich habe gerade beim ersten Schuss eigentlich gesehen, dass ich es getroffen habe. Deswegen... Oh ja, da schiegt jetzt schon ein schönes Loch rein. Nice. Also... Ich habe im ersten Mal... Leider irgendwo auch gerade K. Keine Ahnung, was macht zu den Schuss. Ja, ich schon. Dann werde ich jetzt einfach mal... Zack. Viel Spaß, Matze. Hehehehe. Achso, dann ist treu ich gerade nur überladen oder so ein Scheiß. Ja. Eilige Maria, das hat sich zwar heftig angehört, aber... Ich muss hier irgendwie einfach weiter... Shotguns unten haben Schaden. Ich muss es mir anschauen oben. Schaden unten, anscheinend ist unten der meiste Schaden vorhanden. Oh, hier fehlt schon eine Leiter, das sieht nicht gut aus. Okay, oben... Ähm... Hahahaha. 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 Ja, da ist nicht mehr viel. Das stimmt natürlich. Ja, nach oben komme ich jetzt gar nicht mehr irgendwie, um dich dann zu damageen. Keine Chance. Ich glaube, viel weiter nach unten bringt es nicht. Hier, die Ebene, die geht sogar noch relativ gut. Weiter nach unten. So ein bisschen mal schauen. Willst du jetzt beeilen, dass du dich redest, wenn du noch zu bomben kannst? Hier treffe ich eh nichts mehr mit den unteren hier. Ja, ich muss sagen, teilweise sind bei meinem Board hier die Kanonen auch nicht so platziert, als ob hier viel was treffen würde. Woop... Ähm... Ja, ich glaube, es ist hier echt ein bisschen Scheisskurs. Oh, Leute. Okay, ich sehe, wo du hinschießt. Da hast du mich gerade erwischt. Ich erwischt dich überall. Überwischt mich? Nein, das glaube ich nicht. Dann werde ich jetzt als Gegenschlag mich hierhin verdrücken. Oh! Okay, werde ich vielleicht auch doch nicht. Weil da schon nicht mehr allzu viel steht. Genau. Du hast es erfasst. Naja, geh mal nach oben also. Das kann ich nur noch mit zwei von drei Kanonen schießen. In Sachen Beleuchtung würde das Board hier eindeutig Abzüge bekommen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber gut, wir brauchen keine Beleuchtung. Oh Gott, das passt doch jetzt hier vorne irgendwo. Mal sehen. Na gut, hier, wir treffen hier jemanden. Oh nein. Was ist das? Was? Oh nein, hast du deine Kanonen zerstört? Durchaus, ja. Nice. Job macht's. Du kannst dich tragen lassen. Fick der Scheiße. Er das Glas. Ich hasse mein Leben. Das wusste ich schon. Das wusste ich schon, Mann. Äh, Matze, du nimmst auch auf, gell? Ich nimm natürlich auch, ja. Nice. Also Leute, Matze, nimm auch auf. Also, ihr könnt euch aus zwei Perspektiven nicht antreten. Ja, ihr habt's gesehen. Das mit dem Scheiß-Glas. Da hab ich... Ich hab halt kein Glas. Hab nur Endstone hingesetzt und dann... Digga. Du stößt sie grad dein Ernst? Ja, sag. Dann ist die Ley war scheiße. Willst du mich jetzt vielleicht verarschen, oder was? Vielleicht will ich das. What the fuck? Vielleicht will ich dich verarschen. Und irgendwie, glaube ich, ich treffe mit dem Teilrad richtig kacke. Ja, weil ich auf der anderen Seite nicht mehr bin, vielleicht. Vielleicht geht's an. Ich glaube, ich versuche mal ein bisschen... Alter, hier ist ja viel zu viel Ley, dann mag ich grad. Okay, das ist wirklich blöd. Na ja, was machen wir? Weniger versuchen? Sieht soweit ganz gut aus hier. Oh shit! Das ist meine letzte Hoffnung. Okay, das ist etwas blöd. Aber gut, das geht hier eh alles dann mal. Ja, und bei mir geht auch nicht mehr so viel. Wo schießt du denn jetzt denn? Also, lass mal gucken. Mmmmm... Brücke. Oh scheiße! Okay, wir haben deutlich mehr Schaden bekommen. Okay. Nein. Die Kanone... Wer hätte ich auch noch hinbekommen, dazu ist das schön. Das sind jetzt die guten alten 4er-Shop-Gans, die Matze da bedient. Aktuell, ne Matze? Ja, was anderes hat der Baugier da nicht. Ah, hier sind die Automatiks. Ich frag mich grad so ein bisschen, ob hier noch irgendwas war. Und ich glaub nicht, es ist... Ähm... Am weiten links ist da... Wenn man die Glocke hier zerstören, das ist ein bisschen nerven mir nicht. Ähm... Komm ich hier noch irgendwo hoch... Ja, tatsächlich! Oh... Feuer... Ich... Schieß sogar mit der... Schwenkkanone über... Also, die über mir ist ein bisschen. Wenn ja, dann hab ich richtig Angst. Das werd ich euch machen, ja? Weil da komm ich nicht hin und dann... Ich hab keine Chance, da hinzukommen. Und dann... Hast du irgendwie Endstone dabei, Matze? Ich hab Endstone dabei, ja. Aber ihr habt vielleicht Eisen nehmen sollen, ja. Ich hab auch Eisen genommen, Matze. Ja, ich hab halt 2 Stunden genommen. Das ist halt typischer Fallkopf, wenn du... Ja, ich hab halt Endstone dabei. Ähm... So, was ich mal ganz... Ich bin auch gleich groß auf 3 Hertz. Ja... Fuck. Ja, wirklich! Ist ja interessant. Gut zu wissen. Das liegt aber nur daran, dass ich ständig bei den Kanonen stehe. Du hast nur noch gar keinen Schaden gemacht. Da machst du dich glaub ich falsch. Na gut, ich mein, da muss man irgendwie gucken, dass man teilweise ein bisschen nicht zu nahe bei den Kanonen steht. Wo bist denn du? Ich... Ich... Ich glaube, du bist da. Bist hier keinen Namen. Ich sneak aber nicht mal. Das ist echt eigenart. Ja, eben. Ich bin ja auch nur blind. Das kann natürlich auch... Ja, safe. Du bist da. Das Problem ist, ich glaube, ich... Ich glaube, ich treffe dich ja gar nicht mehr so gut. Aber ich versuch's mal mit der Kanone erzielen. Ja, die Schwenkanone ist schon ziemlich weit drüber, aber... Und nicht mehr ganz so viel rein. Bam. Gotta try this. Gotta try this? English Pros incoming. Aber englisch schreit. Was? Nein. Doch. Nein. Hast du selbst schon gesagt dieses Jahr? Was? Dann hab ich das gesagt. Du sagst ungefähr jede zweite Stunde, wenn ihr viele Hausaufgaben aufkriegt. Ja, gut. Ich meine... Deshalb gehst du hier nicht wieder... Oh! Oh, der war gut. Ich muss jetzt nur... Ich weiß nur nicht mehr, was die Einstellung war. Ich glaube sowas in der Richtung. Alter, es ist schon dunkel draußen. Der Fahrt geht ja dann schon ein bisschen. Ah! Jetzt fand ich hier wieder runter. Ich muss halt irgendwie jetzt echt aufpassen, weil es ist echt nicht einfach hier gerade. Du stehst da. Verdammte Scheiß nochmal oben. Okay, ich höre Matze nicht schreien. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ich glaube maximal ist die Lazy Guard aktuell angebracht. Du mieser Drecksack da hinten. Willst du die Karne nochmal beladen? Ja, will ich. Das werde ich auch. Triffst mich nämlich nicht, weil du ein Lappen bist. Ich bin ziemlich nah dran, weißt du das? Aha. Das glaubst du nur. Ach was. Not even close, Matze. Ich schwör's dir. Ich hol dich da runter, Alter. Ja, der hat... Komm her. Komm her. Du Stück. Ja, ja. Du kriegst doch einfach den nächsten Schuss rein. Weil du mich eh nicht triffst. Ich schieße halt das Gefühl ganz knapp daneben immer. Ja. Das ist natürlich nur ein scheiß Loch da oben, ne? Du hast dir bereits diverse Pfeile in die Nähe geschossen. Also wenn du mich hier absnipest, dann ist es, äh... Das wohl übrigens, du wirst halt wenn auch nur nach innen fallen und nicht nach unten, äh, nicht nach außen. Hab ich das Gefühl. Ne, wenn müsste, würde der Schaden eh reichen. Also ich kann mir im SNE fast nicht mehr erlauben, jetzt hier abzuschießen. Wie viel Herzen hast du eigentlich? Drei. Aha, okay. Jetzt wohl jetzt meine Pfeile sind auch gleich leer, oder? Ah, 30 hab ich noch. Gut, die spau ich mir mal auf. Ich glaub ich bombe dich da noch mal ein bisschen zu. Oh, der Skill, Alter. Adventure Map vor der Hut. Nein, da werd ich den Namen machen. Nein, Adventure Map könnten wir eigentlich auch mal machen, also... Da würden wir so hart versagen. Ja gut, das könnte ich auch sagen. Aber ich kann ja nicht gerne noch mal bin da. Die ist eigentlich echt nicht schlecht von der Position, ja. Das ist halt Zweier Shotguns hier unten, ne? Zweier Shotguns? Ach, nix gegen Zweier Shotguns, Matze. Damit reißt man halt keine Bäume aus, ne? Ne, ne, das tut man schon nicht, irgendwie. Naja, okay. Dann, ich, ich, ich schau mal, ob es funktioniert, wenn ich nochmal mit der Kanone hier schieße, ob ich irgendetwas treffe. Das Problem ist, ich muss ja echt immer so schnell weg, dass ich keinen Schaden nehme von den scheiß Kanonen. Wow, das hat sich nah angehört. Okay, es hat nicht funktioniert. Obwohl, obwohl, obwohl. Es hat sich nah angehört, meinst du? Vielleicht. Riskiere noch einen Schuss und flieg da aber in die Luft, bitte. Ne, also die Kanone hat sich eh zerlegt, also. Ja, okay, dann. Dann ist es nicht ganz so sinnvoll. Könnt eigentlich sogar hier mit nochmal schießen, aber. Ja, das hier will ich mir versprechen. Ohlala. Lol. Hm. Ja. Jetzt ist der Alarm an. Ich weiß doch nicht wieso. Aber was ist hier gerade in die Luft? Also hier ist gerade einiges in die Luft geflogen. Okay, also. Ich muss sagen, die sieht da nicht mehr gut aus. Ja, dann war wahrscheinlich irgendwas beschädigt schon davor gewesen. Ja. Hast ja. Ach du Scheiße. Alter. Alter, jetzt habe ich hier echt so meine letzte Front ungefähr. Aber ich kann immer noch mit fünf Kanonen schießen. Das ist das Gute daran. Ja, das ist doch schon mal etwas, oder nicht? Das ist durchaus etwas. Und mittlerweile habe ich mir ein ganz schönes Wasserschild vor die Fresse gebracht irgendwie. Okay, scheiß die Wand an. Da hast du ja ordentlich was reingehauen. Alter, das war krass. Das wird so ewig lang werden. Ja, das... Und am Ende werden wir uns plötzlich in die Luft sprengen und ich sehe es kommen. Oh. Das kann sogar... Also wenn du mich jetzt auch triffst mit nur einem einzigen Pfeil, dann bin ich auch weg. Oh nein, du hast mich hier ver... Oh, du hast mich hier zerfickt. Wo? Oh nein, Mami, du hast mich hier voll in den Arsch gefickt. Also das nicht, aber... Lass mich zerlegen. Die paar Kanonen... Okay, ich habe noch drei Kanonen. Aber ich habe noch drei Kanonen. Ich habe also von der reinen Anzahl her habe ich sauviele Kanonen noch. Ja, ich weiß. Ich habe nur ein bisschen unter deine Brücke gegeben. Oh, ich weiß. Aber... Ja, ich weiß. Ja, das war dein Spruch, Mann. Und der ist legendär. Ja. Oh, sieht das anders. Oh, fuck. Hast du gefressen, Matze? Jawoll, du hast gefressen. Nein, habe ich nicht, weil ich immer noch eineinhalb Herzen habe. Ich habe auch eineinhalb Herzen. Und alle drei Kanonen hier funktionieren noch. Du wirst mich hier auf Dauer wirklich mit der Schwenkkanone weghauen. Und dann habe ich keine Chance mehr. Vorausgesetzt, ich treffe mit der. Du wirst mit der Treffen, weil die ist direkt da rüber. Bevor das TNT ausgeht. Irgendeinen Schuss. Oh, scheiße. Irgend so einen scheiß verfickten Lackschuss. Nein, ich bin tot. Jawoll! Jawoll! Ich habe doch ein halbes Herz! Ich habe doch... Scheiße! Oh, ich dachte jetzt kann auch ich sterbe, weil... Oh, what the fuck? What the fuck? Guckt euch an, hier ist doch alles in die Luft geflogen. What the fuck? Aber sie... Ich habe gerade eine Kanone beladen, Matze. Du hast was? Ich habe auch gerade so mit meinem Kanoneladen runtergefallen, hat nur ein halbes Herz und die werden übel gelackt, ne? Dann kommst du wieder rein, schießt da rein, alles fügt. Ja, voll... Also habe ich dich mit meinem Schuss zerfickt. Oh nice, ja. Ich habe noch ein scheiß verkacktes halbes Herz und meine letzten Kanonen haben sich mit dem letzten Schuss noch in die Luft gejagt. Oder hast du die noch in die Luft gejagt? Und ich habe noch ein halbes Herz. Das heißt, guckt euch das an, Leute. Ich habe gerade meinen letzten Schuss... Irgendwelche TNT kamen raus bei dir, ne? Du bist so ein Hurensohn, ehrlich. Aber den TNT kannst du mich nehmen, ey. Oh, war das nice. Ne, ne, das ist ja auch gut verdient, ne? Das war richtig nice Fight, Alter. Das war echt so ein letzter Schuss. Weil dein TNT kam auch an, das hat dann meine Kanone noch zerfetzt. Aber... Alter, ich dachte schon... Weil ich bin dann... Ich habe die Kanone gezündet und wollte nach hinten laufen, bin dann mal gegen die Wand gerannt und dann nach rechts kam nicht mehr zum Ausgaben. Und dann habe ich schon gesagt, ich bin tot. Weil ich dachte, dass ich an der Explosion sterbe. Da hatte ich noch ein halbes Herz. Und dann sehe ich, wie die Kanonen explodieren. Und dann... Minecraft da blew ab, Alter. Nice, Alter. Das war richtig nice. Ja, sie sehen ja auch eh viel aus. Wir haben wahrscheinlich auch beide Versionen verlinkt in der Videobeschreibung natürlich. Die Welt gibt es auch so einen Download. Aber was man halt schon sieht hier, dass du mit deiner Streukanone oben einfach meine oberen Reihen komplett zerfickt hast. Total, aber ich meine irgendwo... Genau, hat mein Morgue jetzt absolut total Schaden. Aber du bist tot und ich habe gelebt. Ja, das Problem ist, du siehst, du hast so viel Wasser hier gehabt, dass ich gar keine Schaden mehr machen konnte mit meinen Kanonen oben. Naja, das stimmt natürlich. Aber das sind die auch. Und die in der Mitte, die hast du alle zerlegt mit deinen... mit deinen... mit deinen... mit deinen Viererschotten, die halt relativ effektiv sind, muss man schon sagen. Ja, gerade in deiner Mitte, ja. Auch deine Brücke ist da schon ziemlich besch... Ja, nicht ganz durchgekommen, leider. Ja, ja. Ich dachte mir schon, die Brücke wird wahrscheinlich drauf gehen, ne. Aber gut. Okay, Leute. Ich könnte mal in die Beschreibung schreiben, ob ihr das cool fandet. Und warte, du bist denn hier runtergefallen, oder? Wo? Oder wie war das? Wo bist denn du runtergefallen? Ja, ja. Ich habe hier oben die Kanone beladen. Hier. Die hier. Ähm. Da habe ich halt gezündet. Bin ich ja so ein Stück nach hinten gegangen. Bin ich hier runtergefallen ungefähr. Obwohl, warte. Ja doch, da liegt das. Das ist gerade so TNT. Ich habe die hier oben beladen. Was? Ganz oben? Okay. Da wollte ich die abfeuern. Hier mit dem Hebel. Bin ich hier runtergefallen. Und für nur ein halbes Herz. Da kriege ich mich hier sogar so in die Ecke rein, ne. Aber dann BAM. Wird hier irgendwie alles. So, das ist immer wieder ein kurzer Cut. Wegen David. Na, egal. Lass mir das. Bin ich unfähig? Nein. Ähm. Ne. Also ich wollte noch kurz sagen. Also wenn euch das gefallen hat, das Video. Bzw. diese Fight. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr solche Zivorgia Fight Reloaded ansehen wollt. Nach den alten Regeln und so weiter. Schreibt uns das auch. Würde uns interessieren, ob ihr das mal cool findet oder so. Weil es hat irgendwo ein bisschen mehr Spannung finde ich teilweise. Durchaus. Das war jetzt gerade mit dem letzten Schuss halt. Das war so mega spannend. Ich hab mit einem halben Herz überlebt. Und dich zerschossen. Ja. Und meine Körner sind zwar gleichzeitig eigentlich in die Luft geflogen durch deinen Schuss. Aber ich hab mit einem halben Herz überlebt. Boah. Na, okay. Hätten wir uns beide gegenseitig gekillt, wäre das ja der absolute Obershit gewesen. Boah, das wäre echt hammermäßig gewesen, ja. Ja, eigentlich wäre das aber auch verdient, weil du hast mich schon mehr zerlegt eigentlich. Aber das ist halt das Problem, ne. Die zwei Kanonen hier. Also die hier. Und die andere drüben. Die kannst du nicht von der Brücke aus zünden. Und deswegen waren die noch beladen. Als du hier reingeschossen hast. Ah. Ja, die sind instant hochgegangen, während die Streukanonen gepackt werden. Ja, da waren ja so in die Richtung. Zwei Blatt Panzer, oder so. Ja, ja. Die haben hier gar keinen Schaden angerichtet oben. Na, okay. Dann danke für so schöne Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.